Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Alfred, Yumi und Kulinda waren auf dem Weg nach Hause, als sie auf der Zugbrücke stecken geblieben sind. Und jetzt klemmt die Brücke. Chase, du musst mit deiner Seilbinde verhindern, dass der Wagen abrutscht und in den Fluss fällt. Marshall, wir brauchen dich und deine Leiter. Mach sie an Bauer Alfreds Wagen fest. Und Rocky, du, du musst die Brücke mit deinem Werkzeug reparieren. Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Das ging ja schnell, Rocky. Das Zahnrad hat sogar die richtige Größe. Aber es hat nicht die richtige Anzahl von Zähnen. Sieht gut aus. Chase, zieh die Winde etwas an. Richtige Größe, richtige Anzahl Zähne. Schraubenschlüsse. Wie lange dauert es noch, Rocky? Ich brauche noch ein paar Minuten. Ich rufe eben Verstärkung. Skye, du musst Kulinder aus der Luft retten. Ich bin der Flughun! Chase, wir brauchen dein Netz, damit Kulinder weich landet. Aber sie landet auf der anderen Seite der Brücke. Rocky, du kümmerst dich um die Winde. Chase, ich bringe dich mit meinem Quad rüber. Vorsicht, Ryder! Da ist immer noch eine große Lücke in der Brücke. Ruff! Netz! Kein Knirschen mehr! Rocky, hilf Bauer Alfred runter. Du musst das Seil einziehen und gleichzeitig rückwärts fahren. Mach ich, Ryder! Danke, dass ihr uns von der Brücke runtergeholt habt, Paw Patrol. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Muuu reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an.